Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2019 hier bei Heisenberg Zockt. So Frankreich schauen wir hinter uns. Platz 2, gar nicht so schlecht denke ich. Sowieso das ganze jetzt hier wie bei Ferrari, es läuft besser wie bei Mercedes. Jetzt wir sind auf Platz 3 in der Gesamtrangliste, im Gesamtklassement. Jetzt kommt Österreich, das habe ich eigentlich in guter Erinnerung. Vielleicht schaffen wir sogar noch einen Sprung weiter nach vorn, weil so weit sind wir da noch nicht zurück, weil die Saison ist ja noch relativ jung. Also ab nach Frankreich, da sehen wir es nochmal. Ich weiss nicht ob ihr es auch seht, weil die Cam natürlich wieder irgendwie drüber ist. Ich sehe aber bei diesem Aufnahmeprogramm leider kein Echtzeitbild, also ich sehe nicht wo die Cam ist. Die müsste ungefähr stimmen hoffe ich. Gut, aber schön die Kommentare. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, von wegen endlich flüssig und so weiter und da wurde sogar geschrieben es ist ohne Rahmen auch besser. Das ist besser integriert im Bild des Spiels. Das freut mich natürlich sehr. Dann machen wir das so weiter. Also, wir sind auf Rang 3 mit 96 Punkten. Verstappen mit 100 Punkten vor uns, also zwei Blödsinn, vier mehr und Gasly. Gasly müssen wir zurückbinden mit seinem Mercedes. Der hat schon 131. Okay, Karriere fortsetzen, sehr gerne. Und wie gesagt, es geht nach Österreich. Habe ich in guter Erinnerung. Ich habe auch ein, zwei Runden gemacht und die waren vielversprechend, sage ich mal. Da müsste etwas vernünftiges bei rausschauen, wenn wir dort rumdüsen. Im nachbarschaftlichen Österreich, von mir aus gesehen. Von euch aus gesehen wahrscheinlich auch, wenn ihr aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz seid. Ne, wenn ihr aus Österreich seid, dann nicht. Dann sind wir jetzt dort, wo ihr wohnt. Oh, Verträge. Ja, wie gesagt, also ich möchte bei Ferrari bleiben. Das ist eigentlich alles mehr als nur okay. Aber da wir jetzt im Prinzip eigentlich auch relativ gut unterwegs waren, würde ich natürlich hier gerne noch was machen. Vor allem beim Boxenstopp. Das hätte ich gerne auf maximal. Gleichzeitige Entwicklung machen wir auch mal auf maximal. Das machen wir auch mal auf maximal. Dann gucken wir, was wir davon halten. Das hier haben wir bereits auf maximum. Genau. Und das hier oben, das können wir mal lassen. Erwartete Reinplatzierung 1 ist natürlich schon ein bisschen fett. Kann ich hier auch noch ein bisschen? Machen wir mal die 3. Das werden sie nicht annehmen. Wir können mal gucken. Vertrag vorschlagen. Drei Versuche haben wir. Sie haben diesen Vertragsbedingungen nicht zugestimmt. Ja, hab's gemerkt. Wir sollten es erneut versuchen. Ja, machen wir. So, das ist immer noch eingestellt. Wenn wir hier wieder, machen wir hier mal wieder Erster. Das ist natürlich eine fette Erwartung. Sonst muss ich hier, hm, Abkrieggeschwindigkeit. Ich gehe mal hier noch mal einmal auf die 2. So, wie sieht's jetzt aus? Okay, was passiert? Was passiert bei 3 Mal? Nicht, dass sie dann den Vertrag nicht verlängern. Also, das habe ich ja gelassen, wie wir es hatten. Muss ich hier noch eins zu? Ich mache hier kein Vaporungspiel. Ich gehe hier auch auf die 2. So, mal gucken. Also, jetzt sollten sie es doch eigentlich annehmen. äh, verbleibende Versuche ein. Was, ich, es würde mich schon interessieren, was passiert, wenn das fehlschlägt. Wahrscheinlich tatsächlich, dass der Vertrag dann zurückgezogen wird. Um Gottes willen. Ich möchte auch bei Ferrari bleiben. Okay, das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Ja? Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Ja, ich bin auch damit zufrieden. Ui. Okay, sauber. Dann haben wir das. Äh, hei, hei, hei. Das war jetzt aber tatsächlich relativ heavy. Gut. Ähm, nächstes Wochenende. Wir haben noch eine Nachricht. Ich fasse mich diese Woche kurz. Äh, muss wieder mal beim Packen helfen, der Karl. Ja, oh ja, Fee nicht vernachlässigen. Gut, dass er es sagt. Da können wir sicher noch was machen. Ja, denkste. 1300 irgendwas an Punkten. Die Facecam ist drüber. Also, bei mir in der Vorschau auf dem Bildschirm. Bei euch nicht. Äh, können wir da tatsächlich nichts machen? Mit 1300 Punkten doch entwickeln. Steht doch hier. Äh, Verbrennungsmotor. Schlafplatzierfähigkeit. Warum wurde das nicht vorgeschlagen? Das kaufen wir. Jetzt haben wir noch 500. Damit werden wir wahrscheinlich nichts mehr machen können. Nein. Wurde mir tatsächlich nicht vorgeschlagen. Empfohlenes Upgrade. Blaue Taste. Blaue Taste gedrückt. Nichts passiert. Naja. Äh, Motor. Jetzt fängt es da links an zu schimmeln. Das ist... Bin ich schon drüber? Jawohl, hier. MGU Motor Generator Unit Kinetisch. Das ist, glaube ich, noch nicht schlimm. Ich lasse das mal noch. Sonst haben wir dann tatsächlich irgendwie nach 10 Rennen haben wir schon komplett neuen Motoren. Kriegen dann irgendwann Probleme. Ja, lassen wir. Wir gehen zum nächsten Wochenende. KI lassen wir, wie wir sie haben. Das ist okay, so denke ich. Außer wir fahren jetzt natürlich ja allen davon. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Und wenn es so ist, ja gut. Dann ist es halt so. Wir haben dann auch wieder Rennen, wo wir das nicht haben. Ganz klar. Ich erinnere nur an, ja, an andere Rennen. So, Nachrichten. Das Wetter ist natürlich jetzt noch relativ wichtig. Um nicht zu sagen, ausschlaggebend dafür, was ich für ein Rennen mache. Ziel Update. Okay, das ist neues Ziel. Okay, Wochenendvorschau ist alles in Ordnung. Entwicklungen abgeschlossen. Das hat geklappt. Sehr gut. Wetter. Oh, wir haben tatsächlich Glück. Qualify Sonne. Rennen, Sonne und bewölkt. Oh, also jetzt hatten wir wirklich die letzten paar Rennen hatten wir immer Glück. Äh, was tatsächlich hier mit das Wetter anging. Aha, der Herr Stroll. Der Stroll. Der ist zu Mercedes gegangen. Er setzt dort unseren alten Partner Hülkenberg. Und der wechselt zu Racing Point. Ist einfach ein Wechsel. Also ein Tausch. Gut. Ist in Ordnung. Ähm, ich muss nochmal rein. Äh, diesen hier. Und dann, ja, das erste Training. Düsen natürlich. Setting laden. Und die Strecke ein bisschen kennenlernen. Und wir machen auch wieder irgendwie so ein Entwicklungsdingens. So steht wieder in den Kommentaren. Mach das mal. Du machst jetzt schon die 500. Folge. Stimmt nicht ganz. Ich mach's. Mhm. Eine relativ schnelle Strecke, glaube ich. Genau, hier wieder der Kollege. Na, wollt ihr noch was erzählen? Sonst würde ich dann, äh, tatsächlich Nix mehr erzählen? Sonst sagen sie doch auch noch was. Das war jetzt ein relativ kurzes, äh, Ding. Okay. Oder erzählen sie jetzt noch was? Nein, wir sitzen schon in der Karre. Ich habe mit Chris über die neuen Teile gesprochen und wir sind froh, dass sie sich gut einbauen ließen. Wenn wir Glück haben, machen sich die Verbesserungen bemerkbar. Also probieren wir's mal aus. Ja, das freut mich. Wir probieren gleich. Ich muss aber hier, bevor ich irgendwas probiere, noch kurz Österreich laden. Ist, glaube ich, kein neues Setting. Nein. Ist eins, das wir schon hatten. Und zwar eins mit dem, wo wahrscheinlich schon gute Erfahrungen... Halt, ich muss nochmal kurz gucken. Äh, Moment. Habe ich da zwei? Österreich, Österreich, Österreich. Tatsächlich. Da haben wir Mercedes, äh, Trocken, Karriere. Zeitfahren. Ne, ich nehme Karriere. Gut. Und dann würde ich gerne wissen, was wir hier haben. 3-3. Mhm. Also, es sind relativ schnelles Settings. Das sieht man. Gut. Dann gehen wir zu... Nein. Wo gehen wir denn hin? Damit wir hier die Sachen machen können. Äh, diese hier verlangen. Das war nicht hier. Wo war das denn? Äh, nochmal kurz. Äh, zurück. Nein. Hier, genau. Und jetzt eins zurück. Nein, auch nicht. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Reifen auswahl. Ja, wo kann ich das doch einstellen? Come on. Nein, nein, nein. Okay, wir ändern dein Setup. Ja, ja, ändern mal. Jetzt finde ich das wieder nicht mehr. Das gibt es doch nicht. Hier haben wir es doch. Strecken-Akklimatisierung. Gut. Machen wir. Start. Dankeschön. Fliegende Runde. Auf geht's. So lernen wir halt die Strecke auch kennen. Das passt ja. Ich kenne sie eh schon ein bisschen, aber... Dann machen wir das, was sie hier wollen. Dann sind alle glücklich. Und wir haben tatsächlich noch ein bisschen Training, dass auch was bringt, weil so natürlich die Kurven entsprechend durchfahren werden müssen. Zumindest dann, glaube ich, ab der nächsten Runde. Ja, ist relativ schnell, aber es ist eine coole Strecke. Also mir gefällt die tatsächlich ausgezeichnet. Und ich gehe auch mal davon aus... Boah, okay, dass wenn ich nicht zum Käse mache. Diese blöden Teile, die verwirren mich. Ne, alles klar. Jetzt, äh, nach der Geraden dort, äh, bitte in die Eisen treten, stampfen, machen tun. So, hier auch. Ich sage noch, es ist eine schnelle Strecke. Es ist eine schnelle Strecke, aber so schnell ist sie dann doch nicht, dass man hier alles mit Volltempo machen kann. So, mal gucken, ob wir die Akklimatisierung hinkriegen. Und sonst ist es mir tatsächlich relativ wumpe. Ich möchte primär hier ein gutes Rennen fahren. Und es ist in dem Komtarnstand noch, dass einem doch diese Bömmel hier, äh, nicht ablenken, sondern dass die ja vorgehen, wo man durchfahren soll. Mich lenken die tatsächlich ab. Ich konzentriere mich dann nicht darauf, das hier mit möglichst gutem Tempo hinzukriegen, sondern ich konzentriere mich halt darauf, diese Teile zu durchfahren. Und das ist nicht, dass ich mir die Strecke merken kann. Also, deswegen mache ich das eben doch nicht ganz so gerne. So, nochmal eine Runde. Drei Stück haben wir. Und danach... Ja, danach... Oh, okay. Habe ich erwischt, die Kurve. Aber das war genau das Krasseste, was man machen kann. Ich muss da noch ein bisschen mehr bremsen. Weil wenn dort noch Fahrzeuge sind, ich hatte keine Kontrolle mehr. Ich habe mich im Prinzip reingeschummelt in die Kurve. Das ist natürlich nicht, was man im Rennen machen sollte. Wenn da ein anderes Auto im Weg ist, dann kachelt das ganz, ganz hässlich. Äh, unschön, sowas. So, in den Violetten. Ja, okay. Die Kurve. Ja, da muss ich kurz den Kopf reinziehen. Ihr seht schon, es ist wirklich so. Das lenkt mich zu sehr ab, dieses Training. Aber man sollte es natürlich, wenn man genug Zeit hat, kann man das im ersten Training machen. Und dann macht man das, was wir sonst machen. Macht man halt im zweiten und dritten Training. Also, dass man eben wirklich guckt, wo kann ich Vollgas fahren. Welche Curves kann ich nutzen. Ohne, dass ich jetzt hier gross in Schleudern komme. Und das kann ich halt nicht, wenn ich hier die Plömmplämmung durchfahre. Naja, nochmal eine Runde, glaube ich. Dann haben wir es. Wir haben aber auch noch keine Runde gemacht, wo wir alle erwischt haben. Also, von daher. Gut. Doch zufrieden. Teams sind abgeschlossen. Okay. Ja, jetzt habe ich früher gebremst. Das gefällt mir schon mal besser. Schon was gelernt. Wichtig. So, alles mit weissen Reifen. Das haben wir dann nachher im Qualify natürlich auch. Ein bisschen anders. So, hier eben auch eine relativ fette Kurve. Okay. Und hier dreht es mich, wenn ich... Ja, das ist das, was ich wissen muss. Hey. Wenn ich dort zu früh beschleunige, dann dreht es mich. Okay. Gut zu wissen. Ja, die ist auch relativ ganz krass, die Kurve. So, irgendwie täuscht sie hier die Strecke. Man hat das Gefühl, es ist eine sehr schnelle Strecke. Allerdings ist es eine Strecke, wo man wirklich auch extrem aufpassen muss. Eben, dass man nicht irgendwie übermütig wird. Und dann den Drehwurm kriegt. So, wie ich gerade eben. So, wenn wir das jetzt hier abgeschlossen haben, dann mache ich tatsächlich nochmal eine. Nicht, weil ich unbedingt Lust dazu habe, Training zu machen, sondern weil ich jetzt gerne noch eine hätte. Sozusagen ohne Stress. Gut. Habe ich noch Benzin für noch eine Runde? Ich hoffe es mal. Ich möchte jetzt tatsächlich eine schnelle Runde haben. Wir fahren aber nicht die ganze Runde, sondern fahren dann natürlich an die Box. So wie er gesagt hat. Äh, auch um zu analysieren, so wie er es gesagt hat. Hier muss ich, wie gesagt, aufpassen. Ja, das ist schon besser wie vorher. Von daher, einfach damit ich die blaue Linie habe. Ich weiss nicht auswendig, wo hier in Österreich die Box ist. Von daher, ich nehme mal an, wir haben eine relativ hohe Höchstgeschwindigkeit auf der Geraden. Dann ist halt die Frage, wie ist das mit den Kurven? Es geht, würde ich mal sagen. Es ist zu machen. Ja, die Zeit ist halt, wie gesagt, die sagt uns hier natürlich nichts. Ach, ist hier schon die Boxeneinfahrt? Okay, alles klar. Ja gut, dann gehen wir rein. Dann machen wir nachher das Qualify und hoffen auf, dass die Sterne gut stehen. Wobei, die helfen uns nicht. Ich muss eine vernünftige Runde hinkriegen. Aber kann ja auch nicht schaden, wenn die Sterne gut stehen. Gut, wir düsen rein. Ich weiss nicht, ob wir das machen müssen, damit das abgeschlossen ist mit diesem Maximatisierungsprogramm. Aber ich mache es jetzt einfach mal. So, schiebt uns rein. Dauert ein Momentchen, wie man sieht. Und es läuft noch alles, wie ich sehe. So, wie ich sehe. Gut, haben wir es soweit. Sehe ich das richtig? Strecken-Akklimatisierung 1. Strecken-Akklimatisierung 1. Strecken-Akklimatisierung 1. Eine Minute. 9,2. Gut. Wir beenden den Spass. Gehen raus. Moment, das war hier. Session beenden. Ab ins Qualify. Es wird Zeit. Session ist abgeschlossen. Also sehen wir... Hier. Uninteressant. Qualify ist, was zählt. Müsste eigentlich funktionieren, dass wir eine gute Zeit haben. Und sonst müssen wir halt wieder entsprechend fahren. Im Rennen. Dass wir das dort kompensieren, wenn wir hier nicht in die Gänge gekommen sind. Ich weiss es nicht. Wie sieht es hier aus mit Kollege Feebaum? Nein. Motor. Ja, hätte ja sein können, dass dieses gelbe MGU-Teil dort noch ein bisschen gelber wird. Noch ein bisschen schimmeliger. Dann hätte ich da tatsächlich noch was geändert. Ähm. Ja. Training 2. Simulieren. Dankeschön. Wir simulieren. Training 3 ebenfalls. Ab ins Qualify rein. Karriere. Blitzqualifying. So. Hm. Na mal gucken. Hm. Es ist schwierig zu sagen. Ich fühle mich eigentlich wohl auf der Strecke, wie gesagt. Aber so vom Gefühl her. Ich weiss nicht, ob das für einen Sieg reicht. Wir werden es nach dem Qualify eher wissen als jetzt. So. Kommende Session. Sie wünschen viel Glück. Wettervorsage ist immer noch okay. Und das ist soweit auch okay. Ja. Jetzt ist aber schon relativ sehr gelb. Kann ich das noch ändern? Oder kriege ich dann die Strafe? Äh. Das wäre eher hier. Er hier. Keine Strafe. Ändert das doch noch. Weil am Schluss haben wir dann tatsächlich irgendwie ein Problem deswegen. Das möchte ich nicht haben. Qualify. Also wir machen ein gutes Rennen. Haben noch Benzin bis zum Schluss. Aber dann heisst es wieder. Der Motor ist im Eimer. Äh. Bitte schiebt das Fahrzeug an die Box. Und das kann es nicht sein. Gut. Ich lad natürlich das Setting nochmal. Beziehungsweise ich kontrolliere es nochmal. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder einmal während der heutigen Qualifying Session Gesellschaft leisten. Lehnen Sie sich zurück. Entspannen Sie sich und geniessen Sie die heutige Show. Bei der uns hoffentlich ein spannender Wettkampf um die Pole Position geboten wird. Das hoffe ich ja auch. Dass wir ein bisschen Spannung haben. Mal gucken. So. Zeigen wir die Strecke. Und das ist nicht die Strecke. Nein. Der ist Qualify. Erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Jawoll. Das erreicht man damit. Das ist klar. Äh. Autoeinstellung. Passt immer noch. Ist auch okay. Okay. Gut. Dann. Gehen wir zur Strecke. Parc fermé. Und jetzt heisst es Konzentration. Und hier vorne Bremsen heisst es vor allem. Nicht, dass ich hier als erstes dann gleich mal aus der Kurve rausfliege. Das muss nicht sein. Ja. Die war fast zu harmlos eigentlich. Finde ich. Da kann ich auch ein bisschen schneller kann ich da noch rein. Zumindest wenn da auch keine Fahrzeuge im Weg sind. Ja. Hier nicht ideal. Ganz klar. Sogar schlecht würde ich behaupten. Haben wir keinen Geist? Der ist wahrscheinlich wieder in uns drin. Also wir sind wahrscheinlich ex equo. Irgendwie auf der gleichen Position im Moment. Und deswegen. Ist schon Qualify. Ist ein bisschen komisch wenn man den gar nicht sieht. Aber was interessiert mich der Geist? Mich interessiert mein eigenes Rennen. Da habt ihr recht. Da ist er doch. Weit hinten. Oh. Das ist schön. Das ist schön. Das gefällt mir natürlich. Hier schön die Curbs mitnehmen. Zack. Pole Position. Ja. Und zwar relativ easy würde ich sagen. Du bist auf der Pole Position. Du bist auf der Pole Position. Gutes Auto. Dieser Ferrari. Der ist tatsächlich. Der ist einfach stark. Also mir gefällt der besser als der Mercedes. Das muss ich sagen. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen. Aber bevor es losgeht werfen wir einen kurzen Blick. Ein Zehntel. Ja. Gas leer auf der 4. Wäre schön wenn er dort bleibt. Wenn das so am Schluss so aussieht. Dann müssten wir einen grossen Sprung nach vorne machen. Cool. Jetzt freue ich mich aufs Rennen. Das war wirklich relativ fies. Ich hatte zwei Fehler drin. Und trotzdem. Haben wir tatsächlich die Pole Position erreicht. Sauber. 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 Danke. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ja. Versuche ich mal. Äh. Wenn ich du wäre würde ich so investieren. Ja mach mal. Öldruckpumpe. Ja. Okay. Haben wir da noch Rabatt bekommen. Das sah ein bisschen so aus. Gut. Entwicklung im Gang. Und. Äh. Ja. Das haben sie auch ersetzt. Das heisst wir können zurück zur Übersicht. Und starten das Rennen. Okay. Hm. Ja. Das ist natürlich. Wie soll ich sagen. Das macht Vorfreude. Wenn ich da Fehler machen kann und trotzdem die schnellste Runde hinkriege. Ich möchte jetzt natürlich nicht Fehler machen. Aber ihr wisst wie ich es meine. Wir befinden uns in den steirischen Bergen. Die in der Geschichte des Rennsports schon einige interessante Rennen gesehen haben. Die steirische Eiche. Wie zum Beispiel im Jahr 2002. Sie erinnern sich sicher. Aber auch große Freude bei Niki Laudas historischem Sieg 1984. Es ist eine der kürzesten Runden des Kalenders mit sieben rechts und nur drei Linkskurven. Aus denen die zehn Kurven dieser schnellen Strecke bestehen. Kurve zwei ist dabei kaum Kurve zu nennen. Hier wird Vollgas gefahren. Es ist mehr ein Knick nach links in die Bergaufbremszone für Kurve drei. Die Kurven eins, drei und vier bieten ausreichend Möglichkeiten zum Überholen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit. Ein Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen. Die können wir uns doch mal ansehen. Ist ja ein schönes Bild. Und Max Verstappen steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Gasly, Lewis Hamilton. Mhm. Okay. Ist eigentlich... Ja, es passt, würde ich sagen. Jetzt gucken, dass jetzt alles passt, weil jetzt zählt's. Denk daran, der Weg bis Kurve eins ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Okay. Mir fällt gerade auf, mit dem Aufnahmeprogramm habe ich tatsächlich auch keine Probleme mehr, dass die Aufnahme aussteigt, wenn das hier startet. Das ist ja wunderbar. Da muss ich auch nicht immer nach da gucken. Dann kann ich mich aufs Rennen konzentrieren. Also, Lörennen. Volle Pullen. Und schön, wenn wir hier vielleicht die Position halbwegs halten können. Uh, dann werden wir in die Zange genommen. Ja, okay. Das hat nicht geklappt. Ist aber egal. Das sollten wir korrigieren können. Ich konnte da nichts machen, sonst wäre das wieder der Tod unseres Flügels gewesen. Man sieht, wir sind eh schneller. Also, wenn ich jetzt volle Pulle fahre, komme ich da problemlos ran. Boah, ich komme sogar ran, wenn ich bremse. Nein, Kollege, das dann doch nicht. Uff. Ja, wir sind viel schneller. Das birgt aber eben die Gefahr, dass ich hier irgendwie zu Forge fahre und den Flügel verliere. Und jetzt ist er genau neben mir. Das ist natürlich gefährlich. Und jetzt muss ich aber auch gucken, dass mir Verstappen hier nicht abhaut. Ja, wir sind aber glaube ich sogar auch schneller als Verstappen. Zumindest wenn es gerade ausgeht. Und das ohne DRS. Das ist natürlich noch relativ krass. Ja, guckt euch das mal an. Wow, was haben wir für ein Ferrari hier. Das ist ja ganz krass. So, jetzt kommt er wieder ein bisschen ran. Aber, jawohl, die Kurve vernünftiger wie schon. Schon ist er weg. Benzin ist okay. ERS haben wir auch noch. Und wir sind auf Platz eins. Ja, wie bei der, äh, wie im Qualify. Das war nicht ideal. Da musste ich praktisch auf null runter bremsen. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen Platz zwischen uns. 18 Runden sind es. Weil halt natürlich die Strecke relativ kurz ist. Und da get lain. Und we sind verlassen.